Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier vor allem im Kanal und heute geht es eigentlich nur um das monatliche giveaway für den November und zwar habe ich ja gesagt ich für giveaway eine AWP Asimov wenn ich sie mal kurz finde hier diese AWP Asimov und viel testet wird für giveaway ist für diesen Monat das monatliche giveaway und das ganze läuft auch wieder über Gleam ich werde euch den Gleam Link in der Videobeschreibung verlinken ist auch der erste Link dass ihr den gleich findet und läuft halt dann auch bis Ende des Monats ich werde dann wahrscheinlich beziehungsweise ihr seht es dann im giveaway wie viele Tage das halt noch rein also im Gleam ja damit das ganze auch nicht zu kurz kommt das Video habe ich hier noch ein paar Stickerkapseln die ich noch schnell aufhebeln wird und zwar sind das die neuen von der Skillgroup Capsule die sind relativ nice Sticker dabei aber ich werde jetzt dieses eine random Dings aufhebeln vielleicht habe ich ja Luck und bekommt in einen oder anderen nice Skin also Skin Sticker meine ich weil da sind doch einige nice dabei zum Beispiel dieser Aufkleber Global Elite im Glanz ist der wär schon nice ne ich finde die Sticker generell alle ziemlich sexy vielleicht habe ich ja etwas Luck ok Legendary Eagle passt fast zu meinem Momentan Rank komm doch gib mir die Glanz Ding okay Silber nein Glanz wäre das vielleicht auch nice gewesen ähm für all die Boys die es doch nicht gerafft haben und zwar es kommt ja dieses Monat also dieses Monat dieses Jahr ich mache wieder einen Adventskalender 2018 ähm das Ankündigungsvideo ist letzten Sonntag online gekommen für die die es doch nicht ist eh oh wie oft kommen die hintereinander Gold Noah und für die die es noch nicht äh äh gerafft haben ja schaut mal vorbei der erkläre ich euch ja dann auch gleich wie ihr teilnehmen könnt was ist an Skins der Global Elite wie ihr teilnehmen könnt was da halt auch für Skins rausgehen und so weiter und so fort also kann ich euch nur empfehlen wieder und wieder täglich ein Video kommen wo um die 10 Euro ins Kins dann täglich rausgehen als Giveaway Supreme und dann auch noch die letzte Kapsel Legendary Eagle Master ok das ist jetzt passend zum Man in der Rank schade doch nur lauter Blue Halt's Maul so dann war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video hauptsächlich ist es ja nur um das monatliche Giveaway gegangen die Sticker Kapseln hatte ich jetzt kein Glück wie gesagt hier ist der Link in der Videobeschreibung dort findet ihr den lieben Link für das monatliche Giveaway zu der Asimov und viel testet kostet im momentan 40 Tacken glaube ich oder knapp 40 Euro und ja über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen für das Giveaway über einen Kommentar auch und dann sage ich nur noch schaut bei dem Ankündigungsvideo vorbei Ciao und bis zum nächsten Mal Euer Alex Euer Alex Euer Alex Euer Alex Euer Alex Euer Alex